Für Heavy Drive ist es wichtig, dass ein direkter Draht zwischen Kunden entsteht. Das 3D-Modell spielt bei uns in der Planungsphase eine große Rolle, um den Kunden die Bausituation zu visualisieren. In den 3D-Modellen können wir von kleinen Geräten über Überkopfverglasung bis zu einer großen Scheibe bis 24 Meter alles zeigen, jede Einbausituation visualisieren, um das bessere Verständnis untereinander sicherzustellen. Und die Montage kostengünstig und wirtschaftlich abzuwickeln. In der nächsten Phase ist dann die Testphase, wo wir zusammen auf der Baustelle mit dem Equipment, das wir uns voraus gewählt haben, die Montage durchführen. Und wenn es irgendwo Abstimmungsprobleme gibt für die richtige Montage, können wir dieses noch dazu adaptieren. Und im Ganzen gibt es ein sauberes Paket für die richtige Abwicklung der Montage.